Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört schon, ich bin komplett am Arsch, ja. Also ich stehe auch wahrscheinlich kurz vor einer Mittelohrentzündung, deswegen entschuldige ich, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin. Es ist auch schon spät, aber ich dachte mir, komm, ich eröffne jetzt zur später Stunde meine Gold 1 Rewards, ja. Wir haben Elite 3 gechokt, das war überhaupt nicht mein Wochenende. Wir haben letztlich, glaube ich, 27.13 die WL beendet, weil ich einfach, ja, phasenweise unkonzentriert war. Zum Ende war mir das eigentlich egal, wenn ich Niederlage nach Niederlage kassiert habe. Ich habe weitergespielt, weil es mich nicht gejuckt hat, also die WL, ja, konnte ich komplett vergessen. Aber 200k Sets, 50k können wir, ja, nicht unbedingt einbauen momentan, weil das Team an sich eigentlich steht, aber, ich weiß nicht, so 200k Sets. Team of the Group Stage ist noch draußen, also, ja, ein Packlack heute wäre natürlich nicht schlecht, so ein Ikone oder so. Ja, ist immer ganz nice. 200k Sets haben wir zur Verfügung. Ich weiß eigentlich nicht, also, ich gehe da nie mit Erwartung rein, mittlerweile, weil es sind 100k Sets. Du kannst auch, in meinem Fall, mit keinem Schlitz rausgehen, sprich, eines der schlechtesten 100k Sets überhaupt haben. Ich hoffe jetzt aber auch einfach mal auf den Schlitz. Ich weiß nicht, irgendwas Geiles, Special Card, Team of the Group Stage wäre geil, habe ich noch gar nicht gezogen. Einfach diesen blauen Flair zu sehen wäre nice. Ja, und ich würde einfach sagen, wir fangen mal an mit dem, ja, mit dem ersten 100k Sets. Let's go. Schlitz hat eine andere Farbe. Hero? Wer ist denn Hero? What the fuck? L-T-Door? Wargout? WTF? Da sage ich nicht nein zu. Hero L-T-Door? Else Wargout is da. Also, ich dachte, es ist sehr blau, aber dann war es doch nicht blau und ich weiß überhaupt nicht, was es für ein Team of the Week gerade ist, aber wir ziehen Hero L-T-Door. Ist da noch irgendwas hinter? Das wäre ja jetzt unnormal heftig. L-T-Door haben wir schon. Joa, Joa, Hero, Info, Mustafi, habe ich noch irgendwie so ein Jesus oder so. Na, ah, Paolo, leider nicht. Filaini, sonst noch Selinski, Legende is da. Part 83, was mir sehr gefällt, Part 84, was mir auch sehr gefällt, aber ein Info. L-T-Door wird, glaube ich, nichts wert sein, 20k oder so. Ja, weniger. Ja, egal, behalten wir aber die Beine auf alle Fälle für Footmills, ne. In Forms brauchen wir auf alle Fälle sehr nice. Und 84er, 83er, da sage ich nicht nice. Ja, deswegen, Paar 84er, Paar 83er dürfen hier auch nochmal dabei sein. 3, 2, 1, let's go. Sehen wir nochmal einen bunten Schlitz, Team of the Group Stage oder so, irgendwas Buntes. Ja, normaler Schlitz. Irgendwas knackiges. Brasilien, Coutinho. Seien die nice, du. Also ich wusste, dass, ja, Neymar ist noch Team of the Group Stage, wäre jetzt zu heftig. Aber hey, Coutinho is nice. 86er Walkout is da. Ja, 200k sets, zwei Walkouts ist auch nicht alle Tage so der Fall. Und den 86er Coutinho können wir definitiv, ja, in dem Sinne gebrauchen, dass wir den für den SPC abgeben. Ich würde auch sagen, wir skippen auch einfach direkt das Pack. Gucken, ob da noch irgendwas hinter ist für einen 80er oder so. What? Ja! Let's go! Let's go! Benjela! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist über 100k wert! What the fuck? What the fuck? Ich ohne Scheiß, Illuminati confirmed. Aber ich hab noch gesagt, die Tage vor den Rewards, wie geil wäre das, einen Franzosen zu ziehen. Entweder Benjela oder Mbappé. Und wir ziehen Benjela. Warum kommst du denn nicht? Ich wollte einen blauen Schlitz sehen. Wäre doch viel geiler gewesen. Aber holy shit! Benjela! Coutinho! Nubazaki, Lerner wie der 1,83er irgendwas in den Duplikaten noch geratet ist. Ah, scheiße nie. Aber what the fuck? What the fuck, man. Wie geil ist das denn? Ich wollte ihn unbedingt ausprobieren, weil er sah so heftig aus. Er sah noch fünf Sterne Weakfoot. What the fuck? So sieht unser aktuelles Team aus. Ja, De Bruyne ist da in der Position ein bisschen verschwendet. Aber ich hab ihn nun mal untradeable. Warum nicht einfach spielen, auch wenn er halt im ZM verschwendet ist. Aber Jungs, Rui Costa, auch ZOM ist eine Macht. Guck euch das jetzt an. So krank der Typ. Und dann tauschen wir mal hier eben kurz ein paar Seiten. Nehmen mal Gabriel Jesus raus. Und dann packe ich mal den guten Boy rein. Den Benjela. Also die Karte ist wirklich sick. Ich hab schon, als die Karten rauskamen, gesagt, der könnte richtig abgehen. Weil ich weiß nicht, neben Ori, neben einem großen, physisch starken Typen, so einen kleinen, flinken Dribbler, die sind sich ähnlich. Hoch, hoch. Benjela ist aber größer und halt in jedem Stat besser. Bis auf Tempo. Und er hat halt noch fünf Sterne Weakfoot, was nice ist. Benjela vorne im Sturm. Das könnte die WL ganz geil machen. Vor allem ist das Team jetzt bunter. Ich stehe da ja drauf, wenn das Team schön bunt ist. Jetzt haben wir nicht nur neben den drei Ikonen, ja, die zwei Informs. Benjela, Team of the Group Stage, da. Linksverteidiger wird, wie gesagt, Futhmiss, Russi, Law, kommen, wenn die Prediction dann aufgeht. Der hat die Nummer 24. Sprich, er würde am 24. Und sonst, momentan habe ich eigentlich keine Verbesserungsideen, weil Couture habe ich mir erst frisch geholt. Besser Torwart für mich in-game ist einfach so. Koscheny habe ich mir wieder geholt. Sanchez habe ich auch einfach deswegen. Und Aurier, weil Valencia und Bayley, ich weiß, sind die Besseren für viele. Für mich jetzt nicht unbedingt, aber weil momentan auch Market Crash ist, will ich da nicht unbedingt viel Verlust an Coins machen. Und wie ihr seht, hier guckt man auf 1400 Münzen, 900 Münzen, ja. Also für den Preis kriege ich wirklich zwei heftige Spieler. Mal gucken, wie es so abgeht. Also das Team an sich ist so nice. Nur noch, ja, halt hier in Russi, Law. Ja, und dann könnte man halt überlegen, hier die rechte Seite mit Futmus, Florenzi, Nainggola, Manolas. Das wäre halt so eine geile Act. Und müsste ich chemietechnisch oder aus chemietechnischen Gründen natürlich wieder PT ins Set entpacken. Oder den Ingema wieder tauschen mit Bakayoko, dass das passt. Und ja, dann müsste man überlegen, wie wir das hier hinten machen. Weil ich hatte ja David Luiz, aber ich weiß nicht, der war in Ordnung. Aber so ein Koscheny und Sanchez finde ich irgendwie geiler. Aber Jungs, das soll es gewesen sein. Ja, heute mal in der, wie gesagt, entspannteren, in der kranken Version. Ja, aber in der kranken Version auch in dem Sinne, dass wir gute Bags gezogen haben. Ja, Ben Yedder, den ich mir hier gerade nochmal angucke. Auch nochmal krass, dass wir den gezogen haben. Ja, also Jungs, falls euch das Video gefallen hat, ja, lass auf allen Fällen ein Like, da abonniere nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und ich hoffe, ich kann streamen. Ich hoffe, ich bin schon am Streamen gewesen, ja. Wenn nicht, dann entschulde ich. Ich habe wahrscheinlich dann schon eine Mittelohrentzündung, weil ich kurz davor stehe. Okay, ja, Samstag bin ich den ganzen Tag auf einem Turnier. Ja, ich werde es hoffentlich irgendwie gesund spielen können. Also werde mich, ja, irgendwie gesund fliegen müssen in den paar Tagen. Aber Jungs, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Dass ihr natürlich ein Like da abonniere nicht vergessen, falls ihr neu seid. Ich sage es nochmal doppelt, hält besser. Und ich will sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Und ich will sagen, wir sehen uns das nächste Mal.